Ich zeige euch heute zwei Videos, die ihr einfach auf euch wirken lassen müsst. Einmal zum Reinkommen zeige ich euch Merkel und ich sage euch eins, danach wird der Puls extrem hoch sein, weil das Ganze ist gealtert wie Milch. Wie ist unsere aktuelle Situation in Deutschland aufgestellt? Haben wir die Situation im Griff oder eher nicht? Das lasse ich jeden einmal selber beurteilen. Kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie du das Ganze siehst. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, lass mir jetzt ein kostenloses Abo da, aktiviere die Glocke, damit du auch zukünftig kein weiteres Video mehr verpasst. Daher gucken wir uns jetzt zuerst einmal unsere Frau Merkel an, wie das Ganze denn gealtert ist. Film ab! Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden und der Bund wird alles in seiner Macht stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen. Ja, ich möchte euch nicht lange auf die Folter spannen. Es ist eine Katastrophe, wie es gealtert ist. Und daher gucken wir uns jetzt einen wirklich interessanten Menschen an, der Ahnung vom Islam hat und der uns zeigt, wie Integration funktionieren sollte, wie sie früher funktioniert hat und was aktuell schief läuft. Film ab. Es haben sich auch viele Muslime integriert, aus eigener Kraft allerdings. Individueller Prozess. Individueller Prozess. Und das ist das, was ich immer sage. Die Integration, alles staatliches Bemühen ist gescheitert. Die Migration hat früher so funktioniert, da kam der türkische Arbeiter, der portugiesische, der italienische, auch nach Amerika gingen viele. Und der Migrationsvertrag funktionierte so, ich zeige der Gastgesellschaft, was ich kann, welche Arbeit ich leisten kann und die Gastgesellschaft entscheidet, wie viel ich dafür entlohnt werde. Jetzt funktioniert es so, ich zeige als Neumigranten der Gesellschaft meine Wunden, meine Traumata. Und die Gesellschaft und die Grünen kümmern sich darum, dass ich für meine Wunden und meine Traumata entlohnt werde. Es gibt keinen Integrationsdruck auf die Neuzuwanderer. Früher war man vom Tag eins auf sich allein gestellt. Man musste arbeiten, man musste selbst für sich aufkommen und man musste seine Familie selbst versorgen. Jetzt kommt man und man ist sofort mit dieser Geisteshaltung gekommen. A. Europa ist mein Feind aus der Vergangenheit. Ich bin gekränkt wegen dem Kolonialismus, den ich selber nicht erlebt habe. Ich bin gekränkt wegen dem Kassen in meiner Heimat. Ich bin gekränkt wegen des Nahen Osten-Konflikts und so weiter und so fort. Und jetzt muss diese Gesellschaft mich dafür entschädigen. Und das ist keine gute Voraussetzung dafür. Wenn der Staat selber solche Probleme nicht lösen kann, wenn die Polizei nicht in der Lage ist, solche Probleme zu lösen, und wir brauchen den Imam oder die Lehrerin mit einem Kopftuch, um einen Konflikt zu schlichten, das ist ein klarer Indiz dafür, dass diese Menschen auch die staatlichen Institutionen ablehnen. Und das ist tatsächlich eine Art Paralleljustiz. Man wertet auch diese Imame auf, auch als politische Instanz, als juristische Instanz. Und so entstand in Großbritannien zum Beispiel Scharia-Polizei und Scharia-Justiz, wurde auch ins Justizsystem aufgenommen. Das ist langfristig katastrophal. Integration bedeutet nicht nur, dass ich die Sprache beherrsche oder dass ich eine Arbeit habe. Da haben auch viele Salafisten und sogar Salafisten auch das schon erreicht. Integration hat, da gibt es eine Matrix. Wir haben die strukturelle Integration. Tatsächlich spielt Arbeit da eine entscheidende Rolle. Sprache natürlich. Aber dann haben wir die kulturelle Integration. Dann haben wir die soziale Integration. Was für ein soziales Feld habe ich als Migrant? Mit wem verkehre ich? Und dann kommt die emotionale, identikative Integration. Dass ich mit dem Land, in das ich eingewandert bin, verbunden bin. Emotional verbunden. Das Land als Mitte meines Lebens auch deklariere. Aber neuerdings haben wir das Phänomen, was es ja früher nicht gab, dass mit dem Handy in der Hand kommt ein Migrant hierher und ist sofort mit seiner ursprünglichen Heimat vernetzt. Alle Konflikte dieser Heimat werden hier übertragen. Alle Reden des Präsidenten, sei es Erdogan oder andere, werden live übertragen. Und dann in türkischen Cafés, dann werden sie so wie Fußballspiele dann irgendwie angeschaut und kommentiert. Und da ist man nicht mehr emotional hier im Lande. Man benutzt das Land nur als Plattform, um vielleicht auch politische Ziele seines Heimatlandes irgendwie hier zu verwirklichen. Sie haben von Bringschuld gesprochen und sie haben recht, natürlich. Ich bin nach Deutschland gekommen, ich kannte damals nur drei Wörter. Ich habe kein Geld, Scheiße und ich habe Hunger. Sonst. Aber ich musste selbst die Sprache lernen, ich musste. Damals gab es keinen Rassismusbeauftragten, keinen Integrationsbeauftragten, keine Gleichberechtigungsbeauftragten. All diese Sachen. Aber ich habe sofort verstanden, ich will Teil dieser Gesellschaft werden und ich muss dafür etwas leisten. Und einer der wichtigsten Leistungen, und da scheuen sich viele Leute davor, eine dieser Leistungen war, ich musste mich von Teilen meiner ursprünglichen Kultur trennen, um hier zurechtzufinden. Vor allem von diesen Teilen, die sich gegen dieses Wertesystem und gegen diese Kultur richten. Ja, arm kann man dazu nur sagen. Es ist vollkommen korrekt, dass man, wenn man nach Deutschland kommen möchte, dann muss man etwas Positives mitbringen, was Deutschland nach vorne bringt. Es kann halt nicht sein, dass Menschen nach Deutschland kommen, die Deutschland auf der Tasche legen, sich nicht integrieren, denken, sie können hier einfach so weiterleben wie in der Heimat und das alles auf Kosten von dir oder auf Kosten von mir. Das funktioniert nicht. Das merken auch immer mehr Parteien, weil die Wahlergebnisse den Politikern zeigen, das Ganze funktioniert so nicht mehr. Ich weiß, viele Politiker sagen dann, ja, wir müssen das besser erklären. Den absoluten Realitätsverlust bringt Olaf Scholz, der sagt, er denkt, dass die SPD bei der nächsten Bundestagswahl eine führende Rolle in der Koalitionsbildung spielen wird. Wo man sich denkt, alter, vollkommener Realitätsverlust, ihr seid in zwei Landtagen gerade eben so noch reingerutscht und denkt jetzt, dass ihr stärkste Kraft im Bund seid. Also habt ihr mal auf die Wahlumfragen geguckt, da ist alleine die CDU deutlich vor euch. Aber das demonstriert und zeigt halt, wie unglaublich verrückt die Politik ist. Die ist gar nicht mehr am Bürger, sie ist so weit davon entfernt. Und das merkt man natürlich auch in der Integrationspolitik, das hat einfach nichts mehr mit gutem und logischen Menschenverstand zu tun. Wir holen so viele Menschen nach Deutschland, die das Land kein Stückchen voranbringen. Das muss man so sagen dürfen und das muss man auch feststellen können, ohne dabei direkt böse angeguckt zu werden. Wie siehst du das? Habe ich mit der Aussage recht oder stimmst du mir da nicht zu? Und ihr wisst, wie immer, heute kommt jetzt die Bienenfrage. Die heutige Bienenfrage beschäftigt sich mit dem Thema, wie mache ich das mit Bienenschwärmen, wenn diese relativ groß sind? Hier wird auch gesagt, was passiert denn, wenn die Bienenschwärme zu groß für den Kasten sind, wie ich damit umgehe, wenn ich diese in einem Kasten neu ansiedeln möchte? Suche ich dann nach der Königin, markiere ich sie und woran erkenne ich, ob es für mich eine gute Königin ist? Auf diese Fragen möchte ich heute einmal eingehen. Also wenn ich einen Bienenschwamm habe, dann muss ich mir als allererstes die Frage stellen, woher kommt dieser Bienenschwamm? Wenn das einer von meinen eigenen Völkern ist, muss ich mich fragen, ist dieser Bienenschwamm abgegangen, weil ich als Imker ein Volk in diesen Schwarm reingedrückt habe, weil ich beispielsweise zu wenig Platz gegeben habe? Dann könnte man darüber nachdenken, ob diese Königin vielleicht noch sinnvoll zu verwenden ist. Wenn das Volk aber genug Platz hatte und das Bienenvolk einfach geschwärmt ist, weil die Schwarmlust zu hoch war, dann ist diese Königin erstmal nichts für mich. Die bleibt natürlich in dem Volk enthalten und nein, ich teile keine Schwärme. Der Schwarm wird in einen neuen Kasten eingeschlagen, man nennt das halt Einschlagen. Die werden nicht nur angesiedelt. Ich suche erstmal keine Königin, sondern ich gebe dem Volk Mittelwände, also quasi fast leere Waben. Dann können die dort erstmal ganz, ganz viel bauen. Das ist ja auch der Sinn eines Schwarms, alles neu zu machen. Und wenn das Volk sich dann ein bisschen eingelebt hat, dann kann man sich das Bienenvolk einmal angucken. Und dann kann man immer noch entscheiden, ob man die Königin austauscht oder nicht. Vielleicht ist die Königin ja sogar markiert. Das findet man dann alles später heraus. Und ich bin ein Freund davon, die Königin zu markieren, weil das mehrere Gründe und Vorteile hat. Man kann erstens sehen, ob die Königin immer noch da ist, über mehrere Jahre hinweg beispielsweise. Oder ob die Bienen selber hingegangen sind und diese Königin ausgetauscht haben. Wenn man die nicht markiert, hat man da keinerlei Einfluss drauf. Weil ich sage euch ein, selbst wenn ihr nur drei Bienenvölker habt, ihr habt keinerlei Übersicht, wenn ihr keine Königin markiert habt. Die Königin sehen sich so extrem ähnlich und sobald ihr die Kiste zumacht und es nicht dokumentiert habt, wisst ihr in zwei Tagen oder auch zwei Stunden nicht mehr genau, wie die Königin der einzelnen Völker ausgesehen haben. Deshalb Dokumentation ist super wichtig und ich hoffe, ich konnte euch das jetzt hier etwas näher bringen. Wie ich ja schon beim letzten Mal erzählt habe, gute Königin sind für mich sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, du teilst das Video, bleibst mir gewogen, abonnierst und kommentierst und hörst dir das nächste Video morgen an. Bis dahin, euer Marvin, ciao.